Eine wunderschönen, ihr bezaubernden Leute, wir müssen wieder reagieren, und zwar Roots of Deception, Vestigial Mutilation. Das Ganze wird wieder zur Verfügung gestellt von Slam Worldwide. Schaut auf jeden Fall mal bei den Bands und bei Slam Worldwide vorbei. Lasst ein bisschen Liebe da. Wir legen los. Let's go! Oder auch nicht. Alright. Okay. Ooh, sehr geiles Riff. Steve! Das ist neiner Bookstab. Ist da in der Werkstatt wirklich so gut ein Pusspicks? Nicht sicher. Sehr gut. Der Schlagzeuger arbeitet aber auch für sein Geld. Schönes Auto zieht sich halt an. Boah! Alter! Die lassen aber nicht anbrennen, ey. Schöne Rolls, schöne Blastbeats. Das ist ein Schiff. Das ist ein Schiff, das ist ein Schiff. Ein Schiff! Okay! Krasser Shit, ey! Krasser Shit, ey! Oh, nice. Krasser Shit, ey! Okay, Leute! Das war relativ schick! Ziemlich viel geballert. Ich hätte mir tatsächlich durch das Setup so ein bisschen was Beatdown-mäßigeres erwartet. Aber das war schon ziemlich schöner, heftiger, treibender Death Metal. Schöne Vibes. Hat mir sehr gut gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao.